Herzlich willkommen zurück zu TTT und extra für den Grenz, dem allerbesten Mann hier im Team, den Grenz. Das war geil. Kapuze, Agaphi, Good Gaming, Dalu, Anonymous, Nobios, Craps, Gorobai und mir. Hallo. Hallo. Gwenz hat bezahlt, ey. Ja, aber warts ab, bis es auch direkt zu was fest da ist, nachher die Ahnen in Dienstleistung zu zahlen. Wenn ihr das Geld drin trinkt, schau auch in die Mitte rein, da ist mir jetzt nur Toilettenpapier. Ey, wer hat auf mich gesnipert? Wer war da? Vorsicht, Agaphi, hier snipert wer auf uns. Ja, dann schauen wir da gleich hin. Hier ist Disco. Hallo, Bios, es ist Leut. Hier ist los, hier unter uns, wurde eskaliert, schnappt die Neues. Ja, da ist er, ich hab ihn. Der explodiert bestimmt, oh Gott, ich muss ihn weg. Scheiße, jetzt komm ich dann wieder hoch. Stills. Er ist tot. Hilf mir das anzuheben. Was macht ihr denn da? Haben wir irgendwas, wo wir den wegschweißen können? Nee, leider nicht. Los, die Kraft, mit der Kraft. Heb es an. Hallo, wer ist die Taktiv? Ja, oh, wir waren dran. Kapuze, wo bist du? Du musst dabei nach vorne gehen. Oh, äh, oh, ganz unten. Die? Und auf dem Dach, komm mal rum. Boah, wer hat sich mal noch nicht gestanden? Ja, oh, oh. Ich hab hier waffenfähiges Uranus. Ich wollte auf die Kiste hauen. Duggy Grants. Okay, sind wir quitt. Jetzt seid. Ja, warte, geh doch aus Schutzball. Und jetzt mit der Diegel. Das war meine Beute. Ich hab da eine. Ja, aber du kannst mit deiner nachher zuschmeißen. Da drüben ist es. Schmeiß ihn hier unten. Schmeiß ihn hier hinten rein, Agaphi. Hier hinten. Hier. Kann man denn in dem Wasser eigentlich schwimmen? Ja, aber nicht zu weit raus. Ich glaub, da haben wir kurz gerade die Piranhas geschossen. Nefis, 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 Nefis hat eine Hoffnung. Boah, weißt du das? Ah, stimmt, er hat auf mich geschossen. Oh Gott! Grants! Okay. Hier, DNA-Skader Nils, ey, komm. Nefis ist da hinten, Dalu, pass auf. Beilig, Beilig. Nix dran. Nix dran. Ich hab da erschossen. Ich hab den anderen Traitor schon getötet. Nefi ist hier hinten. Hast du grad auf mich geschossen? Okay, er ist wirklich hier. Boah. Hast du grad auf mich geschossen? Ich hab Nefi erschossen. Hast du grad auf mich geschossen? Also Nefi hat ihm in One-Shot gehen und dann hat er ihn bekommen. Und ich sterbe wahrscheinlich, weil er bestimmt Boris Fade hat, ey. Ja, Nefi. Liegt hier irgendein Item oder so? Wenn nicht, sterbe ich gleich. Hier liegt next, Nils, nehm ich mit. Ich sterbe jetzt gleich. Ja, oder warum? Dann belebt mich wieder so. Ich hab keine Credits. Aber komm, es lebt immer. Hoor. H.P. ist das. Wieso? Lebt wohl, wenn. Weil du den nicht identifizierten Detektor... Jawohl, schieb mit die Kugel da rein. Hast recht, Krabs. Er war's. Er war's. Er war's. Aber ist ja egal, das war ja Ausschlussverfahren. Weil Krabs war ja noch der andere... Er war doch das Messer nicht funktioniert. Das ist doch ein One-Heuer Ding, oder? Nein, erst wenn er verletzt ist. Kommt raus an, welches, du. Erst wenn er verletzt ist, ist ein Rotten, Rotten Kills. Du bist ungeschläfernde gekauft. Nein, es gibt ja auch das, wo du nur tötest, wenn der schon angehittet ist. Es gibt einmal das Messer, das du öfter benutzen kannst und einmal das, was du nur einmal benutzen kannst. Und einmal das Einweg. Das bloody ist das Einweg, ne? Das Schienermesser. Nein, du hattest nur ein Knive. Dort ist das normale Knife dann. Und das geht erst richtig, wenn die Person verletzt ist. Ja, das war schon ziemlich schwach gewesen. Das war schon schwach, Garguro. Ja, kaputt, da kann man auch mal ruhig klatschen. Gwenz, du warst aber schon verletzt, oder? Ja, ja, ich bin ja vom Dach gesprungen, weil ich dachte, ich will ins Wasser springen, und dann hab ich mir die Beide gebraucht. Ich dachte so, nee, das war jetzt kein Kopfschuss, das war zu easy. Das war easy. Halt, ich bin ja die Technik. Kaputze! Oh! Wir haben schon lange keinen Spaß mehr miteinander gemacht. Oh! Ah, verdammt! Warum denn? Das tut mir aber nicht wieder leid. Das habe ich nicht gemerkt. Aber du weißt doch, dass mir das leid tut. Das weiß ich nicht. Kaputze. Ja, mein Konto ist noch immer sehr niedrig. Was machst du hier, ey? Warum schießt du die Fenster kaputt hier? Weil ich rausgucken will und die Narben sehen will. Ja, ja, ja. Wer der böse ist. Ja, das ist ja, knall ihn ab! Da kann man auch ruhig mal schießen, dann. Da kann man ruhig mal klatschen. Hallo? Hallo, bist du ab? Nein, ich habe gar nichts zugegeben. Das kann ja nicht sein, Kapuze. Warum? Du schwimmst grad so rum. Komm zurück, Nils. Ich habe mir eben auch Kapuzes Freundschaft erkauft. Oh, das ist krass. Mit dem Orbital-Friendship-Beam. Hey! Hey! Heels ist Traitor, komm in. Nein, ich habe sie mit der Disco geteilt. Ja, und du bist trotzdem Traitor. Okay. Warte Kapuze, stell dich mal hier vorne hin. Ey, shit, ich häng hier fest. Oh, shit. Du hast sie hier. Anne war innocent, okay? Du hast sie umgebracht. Mit einer Disco, Mann. Das ist doch scheißegal, wie. Darf man jetzt keine Discos mehr werfen? Du hast sie ja mit Absicht umgebracht. Ich habe sie sogar gesehen. Wie? Ich habe dich dabei beobachtet. Ja, mit dem... Sie stand oben auf dem Dach. Take this, arbeite mal. Schnau den Lümmel ab. Erstmal einen Donut holen, ey. Natürlich, ich wollte sie töten. Das hat ja gar keinen anderen Grund. Ey, Craps, hast du hier grad wen getötet? Craps hat hier grad wen getötet? Nee. Craps wurde getötet. Ey, Lobis ist tot? Das warst du! Nein, 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 komm, ich geh ran. Mach DNA-Scanner. Habe ich schon, kein DNA dran. Komm, Anne, wir sitzen wieder in deinem Büro. Ich glaube, du warst das so. Ja, warum? Weil du der Einzige bist, der hier rumgammelt. Nein, ich bin grad reingekriegt und wollte runtergehen und da war er tot. Ich schwör's dir. Also Kapuze, ja? Auf die Bibel, Kapuze? Auf die Bibel. Boah, auf die Koran. Kapuze. Auf Allah. Auf Allah. Auf Allah. Jetzt wird's krass, wenn du auf Allah schwörst. Ja, Christo dürfte verarschen, aber wir nicht. Okay, Kapuze freut zum Abschluss. Ich krieg den Stuhl nicht aufgestellt mit Anne. Das ist irgendwie so'n kleines Problem, das ich grad hab. Wie sieht's eigentlich mit Defias aus? Ich, ich... gut Gaming ist es, gut Gaming ist es. Ja, warte doch. Ja, das wussten wir doch vorher schon. Kapuze? Er ist hinten rechts, hinten rechts bei den Toiletten. Warte, warte, kann ich dich irgendwie... Hinten rechts ist auch ne Geil. Bei den Toiletten. Bei den Toiletten. Ja, noch bei den Toiletten ist aber ne gute Ausein. Ich lauf hier mit Kapuze, wenn ich tot bin, ne? Ja, wenn ich, wenn ich tot bin. Gut Gaming ist es also. Ja, dann war's ein anderer. Dann war's ja smart. Ich denk jetzt, ist jetzt rechts bei den Toiletten kapuzt, dann musst du bringen nach links gehen. Nein! Nein! Das war's du, das war's du. Ich hab nicht geschossen. Geil nach, faded. Guck nach, ey. Fliegen fischen, ey! War das ne Sniper? Ne normales? Der Sniper, Headshot sogar. Bea-那 Sniper! Es war ein asylum-Sniper. Stein zum Abschluss. Wer, wer? Gro Roses! Wo ist es? Er hat auf mich geschossen! Wo ist er? Gleich bist du tot, weißt du? Ist AGP noch drin? Ich schmeiß die Waffe weg. Nefias, du bist es nicht, oder? Nein, ich wurde angeschossen von Good Gaming. Warte mal, das ist ja Dalu. Also, kriege ich die Erlaubnis, die zu haben? Dalu hat Good Gaming abgeschossen. Goro? Ich weiß nicht, was die Leute über dich sagen. Ey, warte mal. Nefi und Dalu sind safe. Du bist der. Jaja, er ist zusammenbobbar da. Ich hab Craps erschossen, auf die anderen geschossen. Hier im Haus war er drin. Also Nefi und Dalu sind safe. Kapuze ist hier, Kapuze ist hier. Kapuze ist da hinten. Ich will ein sauberes Duell sehen. Silent Sniper ist erlaubt. Ja, ist erlaubt. Das ist Dalu. Was war das? Kapuze, wo bist du? Melde dich bitte. Ich bin in diesem Turm da. Ah, hier zurück Goro, da hinten. Zurück. Wenn du mich abknallst Goro, stirbst du eh in 10 Sekunden. Okay. Wenn du auf mich schießt, stirbst du in zwei. Da hinten ist er. Okay, sauberes Duell jetzt. Okay. Kein Friendship Beam Kapuze haben wir jetzt. Nein, ich hab noch nicht mal. Aber warum gab die das? Ja, Kapuze ist da hinten. Da oben alle drauf. Nein, das ist ein sauberes Duell. Ja! Oh, Goro hat ne Granate. Sehr guter Move. Da kann man sehen, warum die Granaten so overpowered sind. Oha, es ist Kapuze, Leute. Wie wunderbar. Ich verprügel ihn. Geh mal hin, geh mal hin hoch, ich hole ihn. Auf Kapuze, du weißt, dass wir nur warten müssen. Ah! Was meinst du, warum ich dich gepasst hab? Ja, eben. Er hat's vorher doch gesagt. 10 Sekunden. Ja. Kapuze, jetzt bin ich enttäuscht von dir, ne? Ich hab dich nicht getötet. Wer denn? Warum bist du denn enttäuscht? Ja, gerade deswegen. Kapuze hätte mich umregen können. Nee, weil du mich getötet hast. Ich hab dich nicht getötet. Wer war denn das? Kapuze, Murm, Killed, Goro. Ja, muss ja auch Kapuze gewesen. Ja, richtig. Ich brauch uns gar keine Ahnung. Da du den Kill an Anne hättest du aber auch gemacht. So redet Kapuze sich seine Welt schön. Wie so was ... Aber der Kill an dir war schön. Der war richtig schön. Ich hab grade mit der Sniper draufgezielt und dann seh ich nur so, boop, wie aus der Luft fällt. Das Geile ist, wenn du ganz viel Trade-Eisen hast, platzt das Ding. Wie so eine Piliater. Die Sachen liegen ja in alle Richtungen. Wie eine Piliater. Oh, wer war denn Pilze? Ich bin nicht so Schwein. Pilze hat mich hier mal am Dach geschossen. Der schmeißt die mit ... Was? Der flog denn da grade? Oh shit. Entschuldigung Kapuze. Fähes Auge gehen schon wieder. Jetzt gehen wir hier rein und gucken. Der Porsche-Botster-S. Der Porsche-Botster. Der Porsche-Botster. Machst du da oben? Willst du dich liquidieren? Hä? Ich hab aus Versehen glaube ich Nephi getroffen. Was? Nee, ich hab keinen Schaden bekommen. Ist Nephi tot schon? Nee. Nee, redet einfach nicht. Hey! Ja genau. Ich weiß nicht, ob du das wusstest Nephi, aber du lass nicht hin. Alter, Craps hast du grad gesnipert auf fremde Leute? Ich hab ne Schaden kann jetzt. Höy! Was ist denn hier los ey? Da geht's nicht hoch. Hey! Wer hat das Haus in die Luft gesprengt? Das war karte. Wenn Craps ist, töd ich ihn trotzdem nicht. Ich hab dich geschlagen. Ich hab dich geschlagen. Ich hab dich geschlagen. Ich hab dich geschlagen. Ja dann darf ich dich jetzt auch mal schlagen. Nein! Hey! Das... Nee! 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 Wo bist du? Strom weg, nein! Agapi, wir gehen. Wohin denn hier mal? Agapi, zieh dich an, wir gehen! Ja, wir gehen. Ich komm mit. Da nix kla... Hey! Agapi, du! Wer hat mich dann mit der Diegel an? Ich bin der netteste Mensch überhaupt. Ich hab keine Diegel. Mit Brandgranaten rumwifft. Ey, was macht denn der Defi hier? Auf der Map muss ich ganz... Defi! Wo bist du, Cassuze? Hier hinter mir ist jemand gestorben. Hey! Das war Nils! Nils ist es! Nein, ich weiß nicht, ich hab keinen Schuss abgegeben. Ich hab keinen Schuss abgegeben. Ich hab keinen Schuss abgegeben. Das war ein Diegel-Headshot. Ich weiß nicht. Warum soll ich aufhändig zu verfolgen? Okay, Diegel-Headshot, das war nicht Nils. Das hier ist meine Sekundarver. Oh! Ah, lauf doch, Goro! Das war ich nicht. Doch, Goro hat euch absichtlich geblockt. Nein, Goro war das gleich. Das kann gut sein, so ein Cockblock, das sieht Goro aus. Einen klassischen Cockblock hat er da gemacht. Gibt's mir besser mit was? Nee. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ich hau ihn! Oh! Was denn, Rechtsklick? Anne ist tot. Es leben nur noch ihr beiden! Goro, warte! Was? Nur wir Zweiten da, halt. Goro, ich spring und du machst Rechtsklick. Okay. Los! Oh ja. Oh, die Reaktion! Hier, wo geht das? Ich hab ihn wegge... Daru, ich hab's besser gemacht. Ich hab ja auch nachgeholfen mit dem Spider-Man-Hulk. Weißt du, Brains ist es so. Ja! Ja! Nicht vom Beckenrand! Nicht vom Beckenrand springen, Goro! Hallo? Oh! Brains hat Agipi gehauen! Was? Ich hab die Shotgun! Mach dich bereit! Schlag mit dir! War das gar nicht, Agipi! Ich hab doch... Ja, aber ich war das noch nicht mal! 3... 2... 1... Hey, da! Kapuze! Wir haben Kapuze! Oben! Oben wird einer gesnipert, Kapuze! Geh schnell nach oben! Ähm... Lobius! Lobius! Koopa Jump! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Hä? Aber das war doch kein... Ich hab Lobius gemacht! Ich hab ihn verraten! Ich bin safe! Ich hab Lobius gemacht! Jetzt muss ich dir wohl was machen! Hey, Goro! Und Goro! Wie dreist war das denn?! Wie dreist war das denn?! Hatte ich doch am Anfang den richtigen Mengen an der Ange... Also hat Mora auf Agipi gehauen und mir das angehängt! Das war einfach nur random, Dalu! Nee, nee, nee! Ich hab da ja... Die Spider-Man Gun, die hat so nen sechsten Sinn! Pfff! Da! Ja, ja, genau! Die Spider-Man Gun! Sorry, ich hab grad in meinem Pop-Schutz gerotten! Dein Cock-Schutz! Dein Cock-Schutz! Und dann auch noch den Cock-Blocker bei dem Dingens! Bei den French-Eleam! Ja, das war dreist! Das hab ich ja eigentlich verraten! Hast du gerade genommen! Das war so offensichtlich! War ja nicht mal mit Absicht! Ich wollte erst ne Zaube werfen, aber das war dann schon... Ja! Nein! Nein, weil die Stadt kam, weil die Säure! Ja! Oh! Aua! Fressen dich die Piranhas, äh! Lobios... Negoro weiß das! Wieso? Verdient! Verdient hast du das? Oh, schon wieder oben ne MC! Wer war das? War schon wieder Agipi! Agipi! Was? Ihr da oben brennt schon wieder! Das war ich nicht! Nö! Oh, ich geh mal rein und guck später! So! Ich guck später, wer das war! Ich seh das! Ja, mach das! Ja, ja! Hab ich! Sehen wir mal, wer die geboren hat! Ich wende, dass es wieder Agipi war! Ich war's nicht! Nein! Kranz, äh! Oh, ich wollte dich mir nen Schubs geben! Komm mal hoch! Boos! Du brauchst so nen Kickstart! Wer war das? Ein Kickstart! Liegt da hinten leicht am Wasser? Das war ein Kick, ey! Hey! Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Agipi hat mich getasert! Hilfe! 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 Ich glaub, wenn du, wenn du in Wirklichkeit ge... Oh, hallo! Hey! 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 Guck mal, Nefias! Mach mal die Tür zu! Nein! Ich bin gleich wieder da! Nein! Guck mal gleich! Ich bin gezeisert! Ein Zaubertrick, ey! Aus dem Weg! Ich bin umschuldig! Poliziergewalt! Ich bin umschuldig! Ich bin doch da! Ja! Ja! Hey! Agipi jetzt rechts! Mir aber auch bald! Oh nein! Ich hab das vor... Oh nein! Agipi hat mich... Boah krass! Agipi hat Agipi gekillt! Das muss man sich mal trauen! Das ist schon... Dass er sich das traut! Ahahahahahahaha! Ahahahahahahaha! Haben das nicht, Slap Lefias? Das kann nicht so einfach. Hey! Kippt, was hast du dazu? Yes! Gott! Dein Mann! Komm, den Crap schlagen wir auch in der Hand! Okay man! Jetzt kommt die Polizei. Hey! Hey! Der von uns am Haus! Hey! Hüge! Tür zu! Oh, Entschuldigung. Oh, da kommt wieder ein. Oh, das war aber ne Silence. Das war ne Silence hier oben. Das war das Gift-Ding, glaube ich. Von wem? Irgendwas Silent-mäßiges hat hier gerade geschossen, Leute. Hier auf dem Dach hat einer von euch, hier auf dem Dach ist der falsche 50er. Da hat jemand ne Taube! Da hat jemand ne Taube doch gerade. Ja, ich bin ja auch nicht taub, so wie du. Ah, der Technik wird weggesnipet von dem... Hier, wer war das? Kapuze! Haha, komm her. Grenz, komm mal zu mir hier oben hin. Kann nicht. Okay, ich hab ne Seil. Wer ist denn der Traitor Nephiers? Kapuze anscheinend. Ja. Ich sterbe aber wahrscheinlich. Ah! Oh, ich hab ne Chance geschoben. Das stand da wenigstlich bei, dass ich... Danu, was hattest du vor? Ich guck durchs Visier und denk mir so, da oben steht auf dem Fasitierte, da steht nix bei. Das ist einfach Dorf. Guck ins Scoreboard, ist so ein Traitor tot. Was hattest du vor? Danu, als du gesagt hast, geh mal da rein. Und die Brand geworfen hat AGP am Anfang der Runde. Ah, crap. Dafür musst du nicht in die Konsole gucken, oder? Da bin ich extra kurz reingerannt, ey. Um die Tapes zu checken. Die guten Tapes. War klar, du sagst nichts. Hey Kapuze, hast du einen Traitor? Ja. Krass. Wieso? Krass. Darfst du nur das inne? Das hätte ich von dir nicht erwartet, ey. Na, auch nach der Lache noch. Er hat so gehetzt. Nach der Lache war's klar. Das war... Frotz frech war das. Frotz frech. Frotz frech. Frotz hoch. Lobi! Hey, Lobios hat dir direkt hier vor getötet. Ich hab keine Partsicht. Lobios, 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 er hat ein Mörder. Wo ist er? Hier ist ein Mörder, da. Nein, hier bin ich. Das bin ich hier. Der hat die Doorlocker, Leute. Geht weg. Das ist der Doorlocker. Seht ihr? Er töte Lobios doch! Hallo, der steht da doch. Hä? Hä? Hey, es ist doch Lobios. Ah! Oh, jei. Das war jetzt wieder AGP. Nein, das war Lobios. Wir haben doch da nichts gemacht. Hä? Wo ist Lobios? Ober auf dem Dach. Wie ist er eigentlich entgegengekommen? Ich hab mich mal kurz entspannen. Wollt ihr ihn töten? Wo ist der Lobios, der Lump? Ich bin es aber nicht. Hä? Hast du schon gerade... Oh! Lobios hat mich geschossen. Wann mal schnell. Der Bulls, du hast gesehen. Mach ihn, mach ihn. Schnell, mach ihn doch. Schnell, mach ihn doch. Hinterher. Ja. Lügenpresse. Denk ich auch. Lügen. 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 Wer macht hier wehen? Oh. Okay. Hey. Hey, Dalu, ist er heute ein Grit? Wer ist es? Wer ist es? Dalu? Dalu ist es. Dalu. Wo ist er denn? Dalu? Dalu. Dalu ist es noch da oben, oder? Ja, Lumi, siehst du mir nicht. Er ist hier bei dem Gebäude. Wo ist er? Er hat seinem Wasser unterwegs irgendwo. Er ist ins Wasser gesprungen, ja. Nach links raus wahrscheinlich. Kapuza, kannst du wiederbeleben? Äh, ne. Ich hab nämlich Dings gekauft. Schraffs ist es auch. Ah, von der Hitze hat er angeschossen. Wer ist es denn jetzt? Dalu, Dalu. Okay, Dalu, wo ist der? Not today. Hier ist ne Leiche. Aber er hat bestimmt den Dalu-Fade. Äh, hier. Tobias ist tot. Silenced AWP. Ich wurde von links abgeschossen. Hä? Was soll der Scheiß? Das war so klar. Not bad. Franz, warum hast du aber auf mich geschossen? Wegen der Aktion am Anfang. Welche? Silenced AWP. Was denn? Oben. Auf dem Dingens, wo ihr den Detective und den anderen umbringen wolltet. Ja. Hä? Moment, wen? Ich weiß nicht mehr, wer da oben war. Auf jeden Fall war dann klar, dass Nils und du das sind. Auf dem Dach hab ich nichts gemacht. Ja, aber Nils. Und du bist einfach weggerannt. Echt? Du hast jemanden getötet? Ja. Ich habe nichts davon gesehen, dass Nils irgendwas gemacht hat. Das kannst du gar nicht übersehen haben. Du hast es gesehen und bist dann abgefasst. Nein, nein, Lobius. Dalu kann es nicht gesehen haben. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab... Kapuze hatte Lobius nämlich vom Dach geschubst und ich wollte dann... Was? Ja, da wurde auf dem Dach, wo du Lobius dazu gedrängt hast, dich selbst umzubringen. Wo du hinterher gesprungen bist. Und da hab ich eigentlich nur mitgemacht. Ne, davor noch. Ganz am Anfang. Da war ich nicht auf dem Dach. Da war doch Anne in der zweiten Etage. Hallo. Ich hab die Granate geworfen auf Nefi. Ne, davor noch. Achtung. Ja, da war ich nie auf dem Dach. Doch, ja, ne. Du bist nicht hoch. Einen Frag-Grenade hab ich da oben gebraucht. Ah, ok. Deswegen hat das so weggefeffert. Was ist mit mir? Was? Er muss Pipi, nicht Aggepi. Die ganzen Dosen von der Höhe. Ich muss Agge-Pipi. Quadrakapuze, ich spring und du schubst dann. Okay, auf drei. Ich soll was? Schubsen. Schubsen sollst du nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Rechte Maus. Ja, aber das braucht doch lieber ein bisschen, oder? Hä, nein. Doch, das hat einen Cool-Down. Auf drei, auf drei. Eins, zwei, drei. Yeah! Ja! Pass auf, hier auch nochmal. Er hat eine andere Sache in der Hand. Mit der Diegel schubst du dich da runter. Du musst aber runterzählen. Drei, drei, eins. So nicht, Crabs. So nicht. Ich will dich runter schubsen. Das war nicht richtig. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Nein, ich hab doch recht gegeben. Aha! Und jetzt läuft er weg. Wo ist er? Ich hab dich nicht geschlagen, Good Gaming. Ich schwör's dir. Aber ich hab's gesehen, dass du Schaden bekommen hast. Hat dir einer eine Waffe fallen? Crap. Ist er jetzt einer tot oder hat einer eine Waffe vom Dach geworfen? Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Und was macht er da unten? Ist das dein Kollege? Da ist er ja! Das Arsch mit geschlagen. Den hab ich gesucht. Da! Komm kaputt, der jetzt. Ja, Gwenz, komm mal mit, Gwenz. Komm mal. Ich will dich nicht umbringen. Ich will dir was zeigen. Oh! Hast du da wieder einen abgesehen? Nein, nein, guck mal. Kennst du den schon? Alter, jemand hat gewartet, ich hab wieder erschossen. Guck mal, hier ist so ne Wand, ne? Ja, ist gelogen. Es ist Craps in den Tumpen und zwei Leute. Hier ist so ne Wand, ne? Guck mal. Nein, das stimmt nicht. Du zählst runter. Stimmt nicht. Was, was, was noch mal? Ist das neu? Ne, keine Ahnung. Man kann hier auf jeden Fall durchlaufen. Und nur durch die eine Wand. 1, 2, 3. Hab ihn gekillt, hey! Woher wusstest du das? Hab ich's geradeaus gesehen. Ich bin dagegen gelaufen und dann kam ich auf einmal durch. Du bist dagegen gelaufen, weil du eingekauft hätten. Genau! Wahrscheinlich. Ich hab'n Friendship Beam, Leute! Es ist ein heißes Eisen, ey! Der ist noch scharf. Hot! Wer ist es denn jetzt noch? Ich weiß nicht. War da... Was heißt ich? Ich weiß nicht. Hier liegt eine Leiche. Das ist ein Traitor. Hier liegt so... Ja, ich muss gerade schon ein Skorlob. Und Goro ist da. Ja, Glorius hat Goro gekillt. Und Craps vielleicht auch. Nein, ich nicht. Okay, er lebt noch. Er läuft hier noch. Ziemlich lebendig so. Mit der Brammer. Crapsi, Pepsi, Crapsi, Pepsi. Er schießt da. H.P., dass du das nicht gehört hast... Au! Oh, da wurde... Ne, wir haben geknallt. Im Treppenhaus war das. Im Treppenhaus war das. Im Treppenhaus war das. Im Treppenhaus ist ein Friendship Beam. Im Treppenhaus ein Friendship. Oh, alle tot. Danke. Nils ist es. Nils ist es. Hab den Traitor entlarvt. Immerhin. Bin ich nett. Bin ich nett. Es ist gut, dass ich nicht gekickt werden kann. Haha. Indie. Was shut down? Was shut down? Was shut down? Entschuldigung, Leute. Ich hab nur Rücken. Da kommt Nils. Oh, scheiße. Oh, der explodiert. Geht weg! Oh! Haha. Ja. Nice. Oh. Oh. Oh mein Gott. In der Sekunde wurde es eine Bewusstestand. Hab ich nicht gekillt? Aber ich hab kaum Karma von. Und wen hab ich denn getötet? Ein? Keine Ahnung. War doch cool. Also ich kann nur eingetötet haben. Ja, aber Craps war ja auch noch da. Es war... Ja, aber er wurde... Capulza ist auf jeden Fall dran geschaut. Capulza hab ich gekillt. Ja, warum? Oh, ey. Ich hab ein Friendship ins Treppenhaus geschossen. Hab gerufen, Friendship im Treppenhaus. Ich war schon... Oh, der arme Mann. Weil einer gerufen hat, der Traitor ist im Treppenhaus. Ja, ich? Ja. Und dann war ich selber im Trap-Mouse. Im Trap-Mouse. Im Trap-Mouse. Es war ne Trap, Leute. Es war ne Trap-Mouse. It's a Trap. Trap-Mouse. Logos hab ich ins Wasser geschröpst. Dabei kann ich nicht schwimmen. Ich hab keine Schwimmflüge angehabt heute. Hör mal auf damit. Ja. Hallo, Rapp. Ich spring auch runter vom Haus. Komm. Ey. Hey, hey, hey. Da hat der Schaden aber grad gefahren. Ja, irgendwie hab ich gerade angeschossen. Ich mich denk grad... Ich war... Mit der Shotgun oder was? Ne, ne, ne. Ich dachte... Nur eine Kugel aus der Shotgun rausgeholt. Ich spring runter. Agap, wenn du mich... Und wieviel Schaden kriegst du dann? Komm, wir lassens. Komm, wir springen gemeinsam runter. Nein. Agap, wie schießt du auch hier? Ja, ich hab's gesehen. Ah ne, bitte. Nein. Hey, wieso ist Craps hurt? Kobi, spring auf mich. Komm. Wer hat Kobi gehört? Hier unter dir. Von wo wurdest du angeschossen, Craps? Spring. Ich war hier. Es waren alle dabei. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Boah. War's Goro? Vielleicht. Das war's. Goro war's. Goro war's. Ich hab's... Kapuz hat's gesagt. Okay. Der Detective hat's gesagt. Goro. Ey Kapuze jetzt. Kapuze. Was? Stell das mal sicher. Nein, das war nicht Goro. Ich hab... Ja, schon wieder. Es war Goro hat er gesagt. Ich versteh seinen Dialekt nicht, aber es war Goro. Der ist international. Der ist international. Ich hab's schon bekommen. Grenzübergreifend. Oh shit. Das war AGP. Macht ihr da. Natürlich war's AGP. Jetzt passiert. Ich würde... Er sagt, wir dürfen AGP für jede Brandkanal... Wo will ich sagen. Auch wenn Schiss oder Lobius. Ich hab auch niemanden geschaut. Ich hab nur rausgeguckt. Ich hab ein bisschen an der Luft geschaut. Ja, Lobius. Ey, da hinten liegt jemand. Was denn? Nefi! Ja? Hinter dir! Oh nein. Was genau? Pass auf, da rechts da. Da rechts snipert einer auf uns. Gut, Craps. Das war Craps. Das war Craps. Typen, der da unten steht geschossen. Auf wen? Dafür hast du aber ganz schön hochgeguckt. Ja. Gerade eben stand da nur einer. Trader Bug, Nils. AGP ist es! AGP ist es! AGP! Killer, Killer Nils! Wir gucken, was das ist, Brands. AGP ist es! Aber warum schießt ihr dann runter, einfach random? Ja, es ist AGP. Da musst du immer mit irgendwas rechnen, oder? Ja, stimmt eigentlich. Scheiße, ich glaube es ist Craps und Lobios LP. Lobios LP? Nice! Ich habe DNA. Ich weiß, wen du umgebracht hast. Ja, danke. Den mache ich. Craps ist jetzt schnell ins Wasser gesprungen. Craps, weg hier, Kapuze! Was denn? Was? Ist es jetzt überlebt? Ja, ich habe es überlebt. Ja, ich habe es überlebt. Ja, ich habe es überlebt. Ja, halt. Das war ein Anschlag, ey. Das war ein Anschlag. Nils hat gesagt, er war es. Also fällt zum Abschluss. Boah. Ist Kapuze gerade abgeschlossen? Ja, du hast gesagt, du warst doch. Ey, jemand hat auf den Stails geschossen. Und jetzt schon wieder einen angeschossen. Und entschuldigen sich bei dem... Ja, dann ist das dein Traitor-Kollege. Beweisführung abgeschlossen. Alles klar. Bei dem... Der Einzige, bei dem er sich entschuldigen sollte. Da ist er. Hängen wir ihn. Hängen wir ihn. Schlitzt ihn auf. Kiel holen. Der soll hängen. Ey, Lobios. Hängen soll er in Wyoming. Hängen soll er in Wyoming. Ist das normal, dass ihr grün seid? Ja, ich hänge. Das ist jetzt ein Amt hat. Oh, oh. Der neue Trend. Oh, der alte Schlinge. Warte mal, ich hab das... Ich hab das... Ich hab das... Kapuze. 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 Achso, ne, das wollte ich gar nicht. Kapuze. Ey, der brandt auf mich. Er hat's versucht. Ey, das war ich nicht. Friendship. Also der Friendship war Nils nicht. Und Anne und ich fand's auch nicht. Dann war's nicht Goro. Ey, Goro ist safe. Es war nicht Goro. Ich bin safe. Goro ist es. Goro hat sich teleportiert. Ich hab mich teleportiert. Anne und Goro sind's. Nein. Ich hab den Trailer gefunden. Ich hab Anne mit einer Granate abgeworfen, glaub ich. Scheiße. Lobios, du bist doch eine Nudel. Kennst dich selber, nachdem du mich tötest. Hier ist er. Ich hab gar nicht einen random aus Hausen geschossen. Einfach gerade. Die Goroios. Die Goroios. Da verhauen noch. Nimm das. Das war krass. Ich hab von draußen so durch die Fenster geguckt. Da ist ja immer dieser Balken zwischen, von Raum zu Raum. Und Lobios rennt, Lobios rennt. Und dann fällt er so auf die Schnauze wegen dem Fane. So, das war so richtig geil aus. Weil man zusammen gesackt. Konnt er nicht tragen, die Lauf. Nils hat einfach auf uns geschossen. Nils, ey. Nils. Nils. Der einfach Einer on Brendan. Alter. 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 Endlich. Letzte Runde. Ey, da oben fuckt jemand den Box nicht raus, ey. Für den Spruch rechne ich jetzt erstmal an Anne. Was? Was, Nils? Oh, der hat sich befreit. Oh, wer wird da geraipet? Strandgranate. Ja, richtig! Ich war eben auch schon da oben. Ich bin kein Bulle, Polizeigewalt! Ich war kein Körnern. Nils, du blöder Sack! Gib mir Heilung jetzt! Schieß einfach, schieß! Ich hab Anne gesehen, aber... Hast du gerade um Anne geschossen? Alter! Loll! Wäre ich jetzt Grants oder Craps wäre ich voll nackt, aber ich bin ja nur... Headcrap-Launcher, Leute, damit geworben! Ist es Craps oder was hat Anne gerade gesagt? Ne, hä, Anne ist tot? Ich bin hier hinten in dem Haus und such mir Waffen, so... Ich bin hier, ich hab Anne... Was auf, dass ein Headcrap... Hagipisch legt mich, Hagipisch legt mich! Headcrap! Ich hab den Headcrap-Launcher direkt an mir selbst gemacht, Nils, das ist ne super Idee! Ich hab hier ein Zeichen gesetzt an dem Tour! Ich will da gar nicht lang gehen, ey, ich hab Angst vor den Headcraps! Dicken! Hey, wieso bist du auf einmal so... Hast du die da oben getötet? Lebt ihr noch? Craps AGP, lebt ihr noch? Ah, okay! Craps AGP! Ja, weil Capuze auf einmal da rauskommt und fast tot ist! Ja, frag mal AGP, warum? Polizei geweiht! Rächt dich doch! Abgang! Oh, Goro! Goro ist es, Goro ist es! Ich hab die Stunner und ich bin der Hilfs-Sheriff! Wieso bist du Hilfs-Sheriff? Ja! Hast du mich doch auserkoren! Oh, Achtung mein Sohn! Ich bin überhaupt gar kein Charlo! Hier hat einer getrunken AGP, warst du das? Ja, das war ich! Okay! Was passiert denn jetzt? Wo ist Grants da? Ich will jetzt mal was ausprobieren! Ey! Ich will jetzt mal was ausprobieren! Boah, jetzt gib mir halt das Ding! Bevor die Runde vorbei ist, ich will das ausprobieren! Ich will wissen, ob das klappt! Töne dir Grants jetzt! Ich hoffe, ich hab das richtig ausprobiert! I don't give a shit anymore! Hey Kapuze ist es! Jeder, der hier runterkommt mit der Schuss! Was? Das war's richtig geil! Der schießt ja nicht auf mich! Wer ist es denn? Alle die hier ins Oben sind! Wenn du nach oben gehst, schieß! Hä? Ich war doch grad oben! Rants, der Lümmel! I don't give a shit! Ey! Ich wollte ja schon so runtergerandomt von den ganzen Bobs da! Bis dann, Leute! Tschüss!